Jolo 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 Hello Dad Willkommen zurück beim nächsten Part von Minecraft Minecraft und ich wollte ja hier mein Dach erweitern vergrößern wie auch immer auf jeden Fall muss ich erst mal alles wegschlagen wieder 2 2 Runden Machen alles kaputt, kaputt Eisen Power, mega coolie Axie Toolie Guck mal! Sieht! Ich bin wieder! Sieht! Ich bin wieder. Ich bin wieder! Ich bin wieder! Ich bin wieder! herr mit meinem halb ich brauche mir wachsen ist auch vor sich hin der das green geworden okay dann ist jetzt eigentlich mal vielleicht hier hinten das hier noch so wegreißen ich glaube das mache ich gleich noch mal irgendwie überlebt bei mir gar nichts mit eisen voll schwach ich muss noch mal meine gangsterhütte wegreißen und jetzt habe ich leider keine pflastersteine naja ich kann es soweit alles mit eichenholz zu machen scheiß eichenholzbretter machen das mal so weit zirka denn 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 Ähm... ...dähdäh! Das muss ja eine schöne Riesenbude werden. Fuck. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. 摃, schwein! So sehen wir uns wieder. schlag noch mal bürgenholz habschmidt ja wenn ich mir dann die kanten merken kann zum glück habe ich hier ein paar bäumchen wachsen lassen damit ich hier immer schön abheuzen kann ein paar bretter wird auch bald noch brauchen mache das kaputt wo die poli 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 polo ist aber von der befalle ja zusammen nur kommt er her holz doch nicht vergessen die bürger kann schon noch stehen lassen und den nächsten baum kaputt machen sind noch keine setzlinge getroppt das kann eine runde gefallen oder shit doch doch ich hab's doch gehört wenn was ist auch einer ich lasse dich nicht ertrinken spring da ist auch noch einer ich brauche euch alle nicht dass ihr irgendwann verschwindet das da hin ja ja na 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 wo ist eigentlich das schweinchen hin ja wo ist das schweinchen ja wo ist das gute alte schweinchen kreis man hat sich nicht mehr wer mit dieser zwingen aufs ist jemand hier unten juhu 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 Kommt schon. Mehr Setzlinge! Okay, hier kommt gerade keins. Ja, auch nicht. Aber bestimmt da hinten. Oder auch nicht. Yeah! Nopfel! Yeah! Okay, hier kommt definitiv keiner mehr. Ist da wieder einer runtergefallen? Nein, da ist einer. Und da ist einer. Und da ist keiner. Okay. Und da ist wieder einer runtergefallen. Weil ich so eine schöne Chuck Norris Hand habe. Okay, das blieb dann aber auch bei dem hin. Jo. Yolo, yolo. Da fuhr. Hä? Weinen. Okay, der hat den bestimmt. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Hä? Spacken. Okay. Jetzt wird die neue Gebäude gebaut. Muss schon mal schauen. Auf jeden Fall. Die Wand. Nö, 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 nö. Verdammt. Spasti! Okay, jetzt kann ich eigentlich so ein bisschen schon zusammenbauen. Äh, broken. Shit. Broken, 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 broken. Muss ich da noch mal Sets legen? What the fuck? Das sind gleich zwei. Oh. Oh. Ja, okay. Bäh. Das war's mal mit den Setslingen. Hop. Hop. Äh. So, hier. Jo. Hop, 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 hop. Und jetzt noch, bäh. Au. Dum, 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 dum. Ähm. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Äh, Erde weg, 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 weg. Dum, 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 dum. Weg mit den ganzen Klumpen. Wie viel ist denn das? Äh. Na, ich mach erst mal hier so. Mehr Platz, glaube ich, Brusch, erst mal, ne? Okli, dokeli. Da hinten sind noch ein paar Schweizer. Und... Eichen. Holz. Noch eins so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So, so. So, so. So, so. Äh, hier kommen dann Eichenholz. Hier kommen dann auch Eichenholz. Oh, Perfektor. Äh, ja. Blöd. Lass mich raus. Scheiße. Scheiße. Okay. Da brauch ich doch noch ein ganz kleines bisschen... Äh, Eichenholz. Ich meine, Birkenholz. Da hinten hab ich noch zwei. Aber ich glaube, ich werde wohl nur eine brauchen. Also, kommt auf an, wie groß die ist. Ich werde wahrscheinlich noch zwei brauchen. Die Setzlinge... Wääh, wääh. Wääh... 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 Kommen dann auch noch? Von... Burbowbaum. Kaputt. 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 Putz. Who die... Put, 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 put. Los. Stirb. Stirb. Danke. okay erst mal zu meinem noch nicht fertigen haus spring fliege eigentlich muss hier noch so an der ecke und da noch so was machen ja marsch doch noch fucking krass so hier da habe ich da gibt es noch sammeln wieso habe ich hier einzig gemacht ist jetzt auch egal einfach weg damit so hier und jetzt noch eigentlich müsste ich ja hier dann noch so und hier noch so also halt für jede kante aber ich glaube ich lasse es dann einfach lieber so hier hier bräuchte noch zwei türen oder machst du das nur mit einer egal kann ich da noch checking vielleicht sollte ich mir noch irgendwann mal so ein eichen boden machen eichenholz boden nein 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 ein birkenholz boden verwirrung pur töte die birken und hinten ist wieder einer gewachsen da ist ein setzting runtergekommen die in meiner sicht nicht aufgehoben hat jetzt hat er sich aufgehoben und er ist noch an diesen block angekommen so stück hier noch kurz ob sie noch dinge ins gibt und hier ist doch noch einer und zwack 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 yolo 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 wir sind es in der nächsten aufnahme bis dahin hindu